Was? 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 Du musst doch mal mitbeißen. Du machst mir das hier bitte nicht. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Viel abend nicht so. Na, was? 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 Mach's gerne. Sag mal. Sag mal. Aber Sie planen schon vorher? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das gibt auch schon im Internet, wo man mal gucken kann. Jetzt prob ich mal was aus, so ein Stückchen. Und dann habt ihr auch meistens so ein Büchlein, ne? Haben Sie schon beim Kesslers Exhibition gesehen? Kesslers Exhibition heißt das. Okay. Ja. Ja, das ist ein Stückchen. Und der macht immer, der macht immer, immer im Herzen zu geschickt. Das ist sozusagen, jetzt war ja, dass wir hier nicht. Aber der hat auch immer... Ja, so ein bisschen. Und ein Jahr... Mann, du bist ja nicht so ein Macher. Ein Jahr haben sie dir mit dem Esel losgeschickt. Und er ist mit dem Esel losgeschickt. Mit dem Esel und der hat sie dann... An die Osten? Die, die ich nicht? Ja, die Osten ist fast, außer die ist halt die Leute voll. Ja, also, da ist der Befriesen-Zirschung, das nächste Jahr... Ich brauche Kreuz und Achtung.